Hallo Leute, ich bin Genkiller und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video möchte ich mal mit euch über die Minimap in Battlefield 1 reden. Wie die meisten sicherlich wissen, kann man mit einem Druck auf das Touchpad die Minimap größer machen und mit einem neunten Druck kann man die Minimap wieder kleiner machen. Aber das sind noch nicht alle Einstellungen, die man mit der Minimap vornehmen kann. Man kann auch unter den Optionen, dann anschließend unter Gameplay noch weitere Einstellungen machen und ich werde jetzt einfach mal diese einzelnen Einstellungen mit euch durchgehen und euch erklären, was es ist und meine Meinung dazu sagen, warum ich es wie eingestellt habe. Wir fangen an mit der Textur der Kraft und ich habe sie zuerst mal auf 0 gestellt, um euch zu zeigen, was sie überhaupt macht. Die Textur der Kraft macht eigentlich nur Display sozusagen, oder zeigt halt auf der Minimap die Straßen, Gebäude, Bäume etc. an und wenn ihr sie auf 0 stellt, zeigt das einfach gar nichts an. Denn wenn ihr sie auf 100 stellt, wird alles angezeigt. Ich kann euch nicht ganz genau sagen, was der Unterschied zwischen 50 und 100% ist, was irgendwie dazwischen ist. Aber wie hier nochmal links und rechts der Vergleich zu sehen ist, ganz klar 100% oder 50% standardmäßig anlassen. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar mit Blick drehen. Und hier sage ich ganz klar Nein, stellt es auf Ja. Denn wenn ihr es auf Nein stellt, müsst ihr immer wieder eventuell achten, wie hier zu sehen, einfach mal der Punkt eingefärbt. Der Gegner ist rechts von mir auf der Minimap. Um jetzt auf den Gegner zu aimen, müsste ich jetzt nach links zielen, anstatt nach rechts zu zielen. Und je nachdem, wenn man gerade in hitzigen Gefechten ist, kann man... Naja, ich muss mich einfach darauf verlassen, wenn ich auf der Minimap sehe, links oder jetzt in dem Fall rechts von mir ist ein Gegner. Dann muss ich auch, wenn ich mich dahin drehe, sofort zu oft den Gegner aimen. Und nicht andersrum, dass ich auf einmal in die falsche Richtung aime und dem Gegner sozusagen meinen Rücken zuwende. Und wenn man das Ganze einstellt, dann wird die Minimap immer wieder im gleichen Blickwinkel sein. Das heißt, wenn ich nach links gucke, dreht sich die Minimap nach links und dann weiß ich halt immer wieder, in welche Richtung der Gegner gerade von mir entfernt. Das heißt, ist er auf der Minimap rechts, ist er auch auf der Minimap rechts von mir oder ist er links, ist er links. Wie hier, wenn ich jetzt hier nach links aimen würde, würde ich halt genau auf den aimen. Und nicht wie andersrum, wo er dann rechts bei mir auf der Minimap war. Das war jetzt mal ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe mal, man versteht den Punkt, den ich meine. Der nächste Punkt ist einfach mal zusammengefassen, der Flugzoomradius, Fahrzeugzoomradius und zu Fußradius. Ich habe ihn eigentlich immer sehr weit oben, fast schon auf 300. Was es ist, ist es sozusagen, wenn ihr jetzt ein Foto von, was weiß ich, von irgendeinem Objekt macht. Wenn ihr dann weiter weg geht, passt halt mehr von dem Objekt drauf, als wenn ihr näher dran seid. Und so ist das gleiche auch mit der Minimap. Es wird einfach ganz weit rausgezoomt sozusagen. Und wenn ihr es auf 25% stellt, ist es so, als ob ihr ganz nah ranzoomen würdet. Und, naja, wenn ihr mal sehen kann, oder wer ihr gleich sehen werdet, wenn man ganz nah ranzoomt, sieht man total gar nichts wie hier. Ich bin jetzt mitten am Spawn, da man die Minimap nur ingame auf vollen Servern erinnern kann und nicht auf anderen Servern, musste ich leider auf einen vollen Server gehen. Und ich war mitten irgendwo am Spawn und es hat sich einfach nichts getan, man konnte nichts erkennen, wo ich gerade war. Deswegen immer rauszoomen. Als nächstes die Minimap-Größe, da muss ich glaube ich nicht so viel zu sagen. 100% ist Standard, so wie es hier ist, ist mir persönlich zu klein. Das Ganze kann man etwas höher stellen. 200% ist jetzt wieder übertrieben, aber ich wollte es euch einfach nur demonstrieren, diese extremen Unterschiede, was es macht. Und 200% ist die Minimap-Größe einfach viel zu groß. Ihr sehen könnt, das ist einfach der halbe Bildschirm und selbst wenn man auf das Touchpad drückt, dann ändert sich die Größe kaum. Es wird halt nur ein bisschen rauszoomt. Und ja, das waren so die Einstellungen, die man mit der Minimap machen kann. Ich persönlich habe die Größe irgendwie immer so around about 130-140%. Und das war es mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Als nächstes wird ein Video über die FOF-Settings kommen. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.